Ja, ich bin noch da. Alter-Version. Ihr seid jetzt gerade erst im dritten Rennen. Und jetzt ist noch keiner geflogen. Kann jetzt endlich mal einer rausfliegen? Was soll das hier denn bringen? Dann kann ich schreien. In einem Thun-Raum. Ne, warum? Satt da das Wort gibt's nicht. Dope. Machen wir mich zum Alter! Kann das sein, dass einer... Aber leicht im Stehen stehen. Das hat gerade sehr geruckelt. Ja, da sind zu viele Leute auf einer Stelle. Ja, und deswegen hätten wir noch die Wolken geben können. Der Sack. Boah, jetzt werde ich hier von so einem Arsch abgedrängt. Oh, ich hab dich nicht gesehen. Nicht dir. Boah, das liegt aber wirklich ganz schön. Boah, funny. Das war der Master, der mich abgedrängt hat. In die Kiste rein. Warte. Ganz leicht. Da hab ich gerade drei Pilze. Die sind auf der Strecke Gold wert, ne? Das stimmt gar nicht. Online kennt man nichts mehr zurück, ne? Ja. Ne, da liegt da eine der Bombe hin, wo ich einen Goldpilz hab. Auch noch keinen. Jetzt geht's wieder los im Anbrechen gestern, ey. Fanny, hau mir an. Flo ist mir lieber. Das ist ein Kisten ist ein Kisten. Die Kisten hat der in den die Kiste. Boah. Boah. Das ist mein Kiste. Boah. Das ist ja schade! Ja. Was nicht? Ich hab' nicht, dass der Kiste zu weit weg ist. Nein, hier der... Lassen wir mal testen, Rennen. Das ist ja lebt nicht, Renni. Ah, das war verdammt. Das ist doch uns laufen. Ja, aber hast du nicht gesagt, du hast es mit deiner Familie getestet online? Also, ich hab vor allem nicht zu zweit gespielt. Ja, da liegt der doch... Nee, wahrscheinlich hat einer von den Spielern. Die sind aber schlicht leid, dass es gut erreißt, oder? Eben soll mal was anderes sein, Adi. Glaube ich, ja. Bei mir leckt sich niemand raus. Tja, du bist ja auch nicht zugeholt. Alter, immer wenn ich gerade mit hünstlichen Kurve fahre, kommt ein Pau-Bopp und haut mich auf Milzmech und wie in Schnee. Vor allem, weil das jetzt schon mal ein Reichstöcher-Krupp war. Weil es ist mir wirklich aufgefallen zu spürig. Manche Kurven gerade bei GT-Boursers sind krass. Ey, aber kann ich, wenn er dann mit der Bia auf einem Spielern drücken? Ja, aber... Bei mir kam das auch, als ich bei Bowser's Castle nach der U-Kurve halt, wenn ich dann die Treppe sehe, und als da viele runter kamen. Und dann ist es mir kurz, als ich bei Bowser's Castle nach der Ähne.